Heute spielen wir Lightstrike auf dem Tube-Net-Server. Das Ganze ist der Beta-Release von einem Server, also schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr es findet. Was ist das für ein Poster? Ja, liest jetzt mal durch das Zeck. Nee, keine Lust. Ich drück einfach nur... Okay, die Map kannst du dir aber merken, weil ich hab die Map auch noch nicht gemerkt. Nee, schon vergessen. Und Start! Was muss man machen? Hier ist irgendwie ein Teil, was so hoch und runter geht, da kann ich nicht lang. Ich hab einen Bogen, eine Beile, irgendein Shop, ein Radio... Ah, okay. Ja, du musst eigentlich nur was kaufen. Kauf dir irgendwas schnell. Äh, kauf Eisenrüstung, äh, Eisenschwert und Gold-Appel. Das ist so das beste Standard-Equip am Anfang. Ja, okay, hab, hab, hab. Okay, okay. Also wir sind nur zu dritt gegen die, auch drei. Wir gehen hier. Und was, was muss man überhaupt machen? Wir müssen aufpassen. Ja, was muss man machen, abgesehen von aufpassen? Wir, wir haben so ein, einer von uns hat so ein Spike, weißt? Wir müssen ja wie in Valorant einfach da so hinsetzen, in so ein Arsenal und dann. Achtung, wir werden angegriffen da oben. I see it. Ich bin tot, scheiße. Rechts neben euch geht irgendwo noch einer. Boah, das ist ein sehr erregender Sound gewesen, als ich gestorben bin. Also bist du, äh, scheiße, ja. Das bin ich nicht. Ich glaube, wir haben die Runde vertackt. Äh, nein. Ich glaube, wir haben gewonnen. Was ist das für ein Toaster? Warum sind die alle bei einem Toaster? Ja, die müssen den Spike abbauen, aber ich glaube, die sind zu dumm. Nee, war doch nicht so dumm, schade. Das ist ja witzig gewesen, weil eigentlich geht das viel schneller. Also unsere Mission ist es, dass wir die Gegner im Prinzip eher so töten oder weghalten und dann den Toaster abbauen. Nur wenn die anderen den Toaster haben. Aber am Anfang, die ersten zwei, drei Runden haben wir nur den Toaster. Ah, okay. Und dann müssen wir die einfach nur unseren Toaster beschützen. Ja, wir müssen unseren Toaster beschützen und die umbringen, die Gegner. Okay. Hast du dir schon Sachen gekauft? Ja, ganz gut, nämlich. Ah, achso. Ich vergesse mal schnell. Ah, du hast den Spike, okay. Folge uns. Wo ist denn unser Toaster? Du hast den Toaster irgendwo in deinem Inventar. Achso, ah ja, habe ich. Stimmt. Ich habe eine Verteidigung, warum ich den nicht gesehen habe. Ich war nicht komplett lost, sondern mein Bildschirm sieht halt so aus. Du gehst in die hinterste Ecke und setzt den da irgendwo hin. Ich platziere. Ich werde angegriffen. Er ist platziert. Der Toaster ist platziert. Ich bin tot, scheiße. Kiwi, du musst das schaffen. Ist unser Mate tot? Ich weiß nicht, ja. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Oh, ähm, ja, das ist nicht so gut. Aber vielleicht sind sie wieder zu dumm und schaffen es nicht. Wer weiß. Ne, sie haben es ja irgendwann auch geschafft, oder? Den dann abzutunnen. Boah, noch acht Sekunden haben sie nur noch. Es kann sein, dass sie zu dumm sind, aber eigentlich geht das schneller. Boah, bitte seid zu dumm. Bitte seid zu dumm. Bitte. Das wäre sehr erregend. Ja. Ja. Die waren zu dumm, den Toaster abzubauen. Das ist unser Toaster. Jawohl. Kiwi, das hast du sehr gut gemacht. Danke. Ich helfe immer gerne. Wer hat den Toaster? Das ist unser Team. Wir sollten ihn vielleicht... Achtung, Achtung. Achtung, hinter uns. Ja. Aber ich meine, die haben nur ein Punkt mehr. Okay, jetzt müssen wir den aborten. Okay, gut. Du siehst ja dieses Bizarre da, die musst du benutzen am besten. Ja, 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 ja. Also wäre ganz gut, wenn du die halt benutzt, weil ohne würde das glaube ich schwer. Kann ich's auch einfach lassen und den nicht benutzen? Ich glaube nicht, aber... Schade. Hast du keine Rüstung oder? Egal. Aber du hast dir ein krasses Schwert gekauft. Ich hab Rüstung, ich hab doch ne Eisend gemacht. Ich hab noch ein Gap stattdessen gekauft. Achtu! Ja, ein Gap wäre sinnvoll gewesen. Ja, wäre sinnvoll. Ich seh nix wegen diesem Scheiß-Text. Anime spotted here. Okay. Wo ist hier? Er muss das nur abbauen. Ah, da, der Toaster. Ja, das wär gut, wenn er das schafft. Aber ich... Lass mich das schaffen. Lass mich das schaffen. Lass mich das schaffen. Was für ey? Ach so, das ist ey. Ich glaub, wir haben die Runde auch verpackt. Nein, safe nicht. Okay. Wir kriegen den Toaster. Safe. Ja, okay. Siehst du, wir haben den Toaster bekommen. Also, passt. Fast. Knapp daneben ist ja auch vorbei. Er ist jetzt weg jetzt. Genau, er ist weg. Und das reicht ja. Ja, für mich auch. Lass dann mal zu ihm direkt gehen. Ja, schaffen wir, oder? Lass mit ihm zusammengehen. Ja, wo seid ihr denn? Wir sind geradeaus raus und nicht bei A oder B. Ah, die sind alle bei A, die sind alle bei der anderen Seite. Naja, wir haben auf jeden Fall schon eingetötet. Die sind alle bei der anderen Seite, da bei A oder wo wir gerade waren. Okay, ja. 2 gegen 2. Komm, schafft ihr, machen wir es selber. Der eine ist extrem laut. Den habe ich gerade, äh, schön runter geht damit. Ich bin auch extrem laut. Sonst geht von links da. Das ist auch noch ein Weg. Ist das normal, dass man zwei Jahre braucht, um ein Geld zu essen? Braucht man eigentlich nicht, ne? Hat nicht so ganz gut. Eben, nach siebten Sekunden. Okay, du rennst ihn einfach hin und holst ihn. Ja! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Jawoll! Du bist so gut in dem Spiel. Ich bin einfach in der Maschine, ja. So ist es. Das ist einfach durchgespielt, oder? Ich habe es durchgespielt, ja. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich sagte das. Ja, ich sehe es. Okay, wir gehen wieder alle zusammen, würde ich sagen. Das ist am Schlauzen. Ich habe mir mal auch einen besseren Bogen gekauft. Und mal Rüstung. Bom, 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 bom. Halt! Ich bin so tot. Nee. Pass auf. Der ist 1 HP oder so. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wo ist der Toaster? Ist das vielleicht da? Ja, da ist der Weiner. Achso. Ich habe mich nicht gesehen. Ich bin bisher. Easy habt ihr. Sehr geil, GG. Okay, es ist 3. Okay, okay. Jetzt müssen wir zwei, glaube ich. Wir gehen wieder alle zusammen. Dichter nicht. Ich habe den Spike. Du hast den Toaster. Wollen wir so ein B geben? Wie gehen B? Ich bin vollkommen für ihn. Ich bin wieder weg. Die kommt von hinten. Die kommt von hinten. Das ist nicht gut. Ah, ich bin so gut wie tot. Ich habe ein halbes Herz. Und ich habe kein Geld mehr. Ich habe den eben schon gefuttert. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen trocken kann. Bist tot? Warte. Ich bin selbst tot. Ich bin selbst tot. Ich bin tot. Bild weg. Mein Bildschirm ist gerade schrott. Ich habe schwarze Punkte auf meinem Bildschirm. Geil. Du bist auch tot. Ich glaube, wir haben es gerade krass. Ich will nichts sagen, aber mein Bildschirm sieht ganz krass aus. Einfach Bildschirm verabschiedet. Er hat einfach gesagt, tschüss. Okay, es liegt aber an Minecraft. Okay, okay. Ich kann auch auf meinen Desktop rauf. Ich glaube, ich muss mit der Altef hier kurz mal Minecraft benden. Warte, es läuft zu gelb. Du schaffst das, Kimi. Ich beeil mich auch. Vielleicht kann man rejoinen. Keine Ahnung. Ich folge einfach mal einem Freund. Ja, folge dem. Der schafft das. Ich fange für ihn die Pfeile auf. Obwohl er schon ausgewichen ist. Ich schaff das. Nee. 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 Oh, nicht gut, nee. Wie sieht es gerade aus? Ich weiß nicht, da stand gerade so eine rote Schrift mit, ähm, Ground Loses. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Oh. Game Loses. Save, 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 save. Da stand jetzt auch noch Game Loses. Das heißt, wir haben insgesamt gewonnen, oder? Ja, ich schon eigentlich schon. Okay, gut, gut, gut. Ich hab schon gewonnen sein. Ich hab gerade schon ein bisschen Befürchtung. Ähm, doch. Wir sind im selben Team, ja. Ja, wir sind im selben Team, ja. Ja, wir sind im selben Team. Heißt Mission Prostag. Du gehst jetzt auf diese Karte da und kaufst dir einmal ein Eisenschwert, eine Eisenrüstung und ein Goldabgift. Ach, ich kenne den. Den gibt's auch auf Highpixel, diesen Modus. Sicher? Aber nicht genau so. Wenn du von Cops and Crimms redest, das ist was ganz anderes. Ah, okay. Halt. Ich glaub, hier sind die nicht, oder? Ähm, aber grundsätzlich... Doch, hier sind die. Oh, scheiß nicht. Hilfe. Oh nein. Ich hab extreme Legs einfach dran. Komm zu, wir holen uns hin zusammen. Ja, jetzt noch mehr Leute. Oh, oh. Das war jetzt sehr dumm. Oh, ähm, nein, überhaupt nicht. Ich glaub, das war wohl Intelligenz 2 gegen 4 zu machen. Hey, oder? Gut, dann Mission Toaster bekommen. 2. Ah, das ist echt. Ui, ui. Guck mal, ich hab die Lücke. Guck mal vorne. Ui. 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 Okay, wir gehen hier lang. Guck mal, hier kurz den kleinen Weg, den kann man hier so drüben. Guck mal. Dann nehm ich, hops. Hilfe, ich bin hier nicht gestorben. Ich hab ihn genommen von hinten. Aber der andere hat mich dann auch von hinten gemacht. Ja, äh, nicht so gut, ne. Ne, nicht so. Wer lebt noch? Element, du? Ja, Element. Ja, ja. Element ist der einzige, der noch lebt von uns. Element, du schaffst das. Ja, ja, klar, safe. Siehst du, du hast es geschafft. Warum sind wir auf dem Dach? Warum sind hier oben auf dem Dach? Das ist normal. Also, ich hab da nichts gegen, so. Ich würd sagen, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Ja? Geil. Ey, das stimmt mir jetzt recht. Ich glaub, das müssen wir als Bug reporten, oder? Nein, 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 nein. Ich würd's gut. Lass mal hier bitte Screenie machen. Ja, Screenie, Screenie, Screenie. Screenie. Aber wir werden hier nicht im Bereich drin. Da, einer läuft nach B. Erst bei B, erst bei B, komm zu B. Wo wirst du hin? Da bist du. Da ist er. Oh, oh. Pass auf. Der nimmt mich ja richtig, ob es einer gekommen ist, ist die Todes. Ähm, ich wurde auch ein bisschen genommen. Irgendwie habe ich das Ziel des Spiels noch nicht so gern. Du musst die Toaster abbauen und der Toaster ist bei B. Du musst jetzt zu B gehen und da ist halt so ein Scheiß Toaster. Ja, er ist eh tot. Also, hau. Jetzt dürfen wir den Toaster aber placen. Wir bleiben also zusammen. Das sind wir am stärksten. Jaaaa. 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 B, C, F, H, 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 H. Element OP. Was ist mit mir? Element OP. Schmelde Mensch OP. Warum hat der schon wieder hier OP? Wo gehen wir dann? Keine Ahnung. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Wir folgen einfach... WNKPI, okay. Wo soll ich den Toaster platzieren? Wir folgen ihm und wir schaffen das. Soll ich den Toaster da hinten so platzieren? Ja, ja, ja. Das ist glaube ich ein guter Toaster. Ja, das ist ein guter Toaster-Spot. Ja, das ist ein guter Toaster-Spot. Ja, ich platziere den Toaster. Achtung, hinten, hinten, hinten. Toasters platziert. Ich bin tot direkt wieder. Was ist denn das für PvP-Cros hinter dir? Ja. Wow. Ich glaube, wir kriegen den Toaster. Was meinst du? Ich glaube, wir haben das Spiel verloren. Ich glaube nicht. Sicher? Ja, wir schaffen das. Oh, ja, passiert. Schade. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!